Moin auf meinem Kanal zu einem weiteren Video und einer Nachlese nach dem 1 zu 1 unseres SVW in Leipzig. Ich habe es schon gesagt, ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass Werder dort noch ein bisschen mehr holt, nämlich drei Punkte. Allein aus meiner Sicht fehlte Ole Werner mal wieder der Mut und er hat dann wieder mal ausgesprochen, ja, wie soll man das sagen, programmhaft aus meiner Sicht gewechselt. Und was mich jetzt im Nachhinein doch sehr irritiert, dass man bei Werder von einer sehr guten Leistung spricht. Tatsächlich spricht man sogar davon, dass die Mannschaft am Limit war. Gut, man musste jetzt erfahren, dass ein Teil der Mannschaft erkältet war. Ja, das mag natürlich dann durchaus schon, ja, eine Rolle gespielt haben, das Spiel auch zu bewerten. Aber am Ende des Tages war die erste Halbzeit ja komplett chancenfrei, bis auf das 0 zu 1 durch ein Eigentor. Und also von einer sehr guten Leistung zu sprechen. Liebe Leute, ich bin da irgendwie einfach immer sehr irritiert, weil Leipzig war einfach schwach. So, und wer die Pressekonferenz gesehen hat, nach dem Spiel, da kommt hier auch Marco Rose zu Wort. Und ich bin auf die Pressekonferenz von einem Zuschauer hingewiesen worden. Marco Rose benennt es ganz deutlich, dass Leipzig insbesondere in der ersten Halbzeit absolut schwach war. Und Marco Rose hat das auch erklärt, dass es damit erklärt, dass es mehrere Spieler gab, die frisch in die Mannschaft gekommen sind, die lange keine Spielzeit hatten und, ja, dass man halt eben auch auf gesperrte Spieler verzichten musste und somit eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz steht. Und dadurch, wo man höre und staune, dadurch auch ein ganz anderes Spiel zustande kommt. Ja, und wenn ich mir dann überlege, wie unser Trainer Ole Werner mit, ja, überhaupt mit der Zusammensetzung unserer Mannschaft umgeht, da ist schon wieder seit Wochen eine Statik drin. Da kann ich nicht erkennen, dass Ole Werner glaubt, man kann halt mit unterschiedlichen Spielern auch unterschiedliche Spiele erzeugen. Aber gut, das ist mein persönlicher Eindruck. Jedenfalls kann ich schon nachvollziehen, dass Werner, also alle Verantwortlichen bei Werner und auch die Spieler natürlich jetzt erleichtert sind. Es hieß ja vor dem Spiel gegen Leipzig, man könne jetzt endlich für etwas spielen und nicht gegen etwas. Mit dem gegen war natürlich der Abstieg gemeint. Der ist jetzt ja erfreulicherweise, Gott sei Dank, tatsächlich abgewendet. Und ein bisschen erstaunlich finde ich auch, dass ich immer wieder lesen muss, dass das Werner ja locker gelungen ist. Also dem kann ich überhaupt nicht folgen. Aus meiner Sicht, also ich kann für mich sagen, bei mir ist jetzt doch extrem die Luft raus. Auch für das Spiel gegen Bochum, weil ich fand es mega anstrengend. Und es war lange überhaupt nicht klar, wo die Reise hingeht. Und ja, durch die Initialzündung gegen Stuttgart mit dem 2 zu 1 und der für mich immer noch völlig überraschenden Systemumstellung, die aus meiner Sicht aber eben auch zustande gekommen ist, weil Justin Jinba verletzt ist, hat Werner angefangen Fußball zu spielen. Also nach vorne mehr Kreativität zu entwickeln. Und liebe Leute, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das hat eben auch damit zu tun, dass die beiden Spieler, Nick Voldemade und auch Romano Schmid, endlich da spielen, wo sie hingehören. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, dass man als Werner erleichtert ist und sich freut, jetzt die letzten beiden Spiele für Europas spielen zu dürfen. Allein wenn ich halt im Vorfeld eine Ansage mache. Hier wollen die 6 Punkte mitnehmen. Dann ist es für mich immer noch nicht nachvollziehbar. Und da kann ich mich auf den Kopf stellen, es gelingt mir einfach nicht, wieso man dann als Ole Werner so wechselt, wie er wechselt. Ich habe das auch irgendwo in einem Kommentar gelesen. Wie kann man dann einen Stürmer rausnehmen und einen Mittelfeldspieler bringen? Wie will man denn bitteschön den Gegner vom einen Strafraum weghalten? Und wie will man dann bitteschön noch zu eigenen Möglichkeiten kommen? Und wer das Spiel gesehen hat, der hat auch gesehen, dass mit Einwechslung von David Kovnatski, und jetzt bitte nicht wieder irgendwelche Kommentare, was hast du denn mit deinem Kovnatski? David Kovnatski ist ein Stürmer bei unserem SVW, der seit Wochen so gut wie keine Spielzeit mehr bekommt. Kaum war der auf dem Platz, hat Werner nochmal nach vorne was auf die Reihe gekriegt. Und ja, also werde ich in tausend Jahren nicht verstehen. Ich hoffe, dass Ole Werner da in der nächsten Saison dann einfach liefert und da mehr Flexibilität an den Tag legt. Und ich hoffe auch, dass nach meinem Eindruck die Selbstzufriedenheit, kann man nicht sagen, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen, das ist wohl auch immer eine Frage des Anspruchs, den wir als Fans haben. Es gibt ja immer wieder Debatten darüber, ob Werner jetzt mit dem Kader wirklich viel erreicht hat, weil sie nicht abgestiegen sind. Und warum sie das erreicht haben, haben sie das erreicht aus einer eigenen Stärke heraus, oder haben sie das eigentlich eher erreicht, weil andere Mannschaften einfach schlecht performen? War ja auch irgendwo zu lesen. Die Mannschaften da oben, in Anführungsstrichen, also die mit Werner noch in Konkurrenz sind um einen Europaplatz, die gewinnen halt auch nicht. So, und wenn die gewonnen hätten, wenn die schon andere Spiele auch gewonnen hätten, dann würden wir hier über Europa gar nicht mehr reden. Ja, und das sind so Debatten, die immer wieder irgendwie aufbrechen. Und es ist so nach meinem Eindruck so ein bisschen die Frage, wie stelle ich mich als Fan auf, als Werder-Fan? Sag ich, okay, ich bin froh, dass... Und das bin ich auch, das bin ich durchaus. Ich bin froh, dass Werder nicht absteigt. Und ich bin aber auch nach wie vor in Sorge, weil nach meinem Eindruck entgegen des Artikels hier bei der Deichstube eine tolle Entwicklung. Dank Werners Werder-W-Kopf und die Grün-Weißen auf Europa als Gründung sind aber auch so schon stolz. Ich misse dagegen, dass Ole Werner und auch die Mannschaft stolz aus sie sind, dass sie es zwei Tage vor Ende der Saison geschafft haben, auch rechnerisch gesichert zu sein. Und ich rechne das halt eben auch dem Umstand zu, dass letztendlich doch sehr viel Druck im Kessel war, bei den Verantwortlichen, auch bei der Mannschaft. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein oder andere Spiel auch deswegen für meinen Geschmack zu ängstlich angegangen worden ist. Allein ich bin nicht dabei, wenn Ole Werner solche Entscheidungen trifft. Das ist mein Eindruck. Ich kann mich da auch irren. Aber von einer tollen Entwicklung zu sprechen. Gut, Werder hat jetzt die letzten Spiele Punkte einsammeln können und auch ein 1 zu 1 in Leipzig ist keinesfalls selbstverständlich. Ich denke aber mal, wenn Leipzig tabellarisch in einer anderen Situation gewesen wäre, noch um die Champions-League-Plätze hätte spielen müssen gegen uns, gegen unseren SVW, dann hätten wir ein anderes Spiel gesehen. Auch von Leipzig bin ich mir relativ sicher. Also mir ist es einfach wichtig, dass man das Erreichte richtig einordnet. und es ist halt eben aus meiner Sicht auch dem Umstand geschuldet, dass viele Mannschaften Schwierigkeiten hatten, zu Punkten zu kommen. Und deswegen finde ich, es wäre schon wichtig, die Kirche im Dorf zu lassen. Natürlich freue ich mich auch und auch ein Ole Werner darf sich freuen und erleichtert sein. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Und auch die Mannschaft darf gerne erleichtert sein. Was ich nicht verstehe, warum das dann immer irgendwie so als so ein super Ding verkauft werden muss, was hier jetzt Werder gelungen ist. Das sehe ich nicht so. Sorry. Ja, und dann gibt es noch eine Personalie. Gut, es gibt mehrere Personalien, die momentan die Runde machen. Mitchell Weiser unter anderem. Da ist halt immer noch nicht klar, ob er bleibt. Ich glaube, er wird gehen. Aber viel entscheidender ist, dass ja die Entscheidung gefallen ist, dass Jiri Pavlenka Werder verlassen muss. Bekommt schlichtweg keinen Vertrag mehr. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sein Gehalt recht üppig ausfällt. Und irgendwie hat man andere Pläne bei Werder. Und jetzt ist die Frage, was macht man mit Jiri Pavlenka? Kann man ihm noch ein Abschiedsspiel ermöglichen? Und ja, aber wie wir alle wissen, geht es halt gegen Bochum noch um Europa, um die Conference League, die ich im Übrigen überhaupt nicht mag. Natürlich kann SVU wehen, wenn sie das jetzt schaffen, sich dafür zu qualifizieren, die Millionen, die da irgendwie dann fließen, eventuell gerne mitnehmen. Da habe ich nichts gegen. Aber ganz ehrlich, liebe Leute, liebe Werder-Fans, ich frage mich, wie Werder in der nächsten Saison sollte sich bei dem Kader und auch bezüglich des Umgangs mit dem Kader nicht gravierendes ändern. Wie will denn, das frage ich mich dann schon, wie will unser SVW dann parallel so einen Wettbewerb bestreiten? Aber gut, das muss ich auch abwarten. Am Ende des Tages würde ich mich schon freuen, wenn Jiri Pavlenka ein Abschiedsspiel bekäme. Allein es sieht nicht danach aus, dass es jetzt gegen Bochum der Fall sein wird, weil es geht halt eben noch um zu viel bei Werder. Und wir alle wissen das, oder meine Auffassung, das habe ich schon wesentlich früher gesagt, für meinen Geschmack gehörte Michael Zetterer ins Tor und auch gegen Bochum, weil Bochum ist noch nicht sicher. Die spielen halt immer noch gegen den Abstieg am letzten Spieltag, weil Köln unter anderem gewonnen hat und die Mannschaften dort unten Dinge veranstalten, die Bochum nicht passen können. Die haben ja jetzt auch verloren und von daher glaube ich nicht, dass Jiri Pavlenka zum Einsatz kommen wird. Vielleicht, also ich würde es mir für ihn sehr wünschen, dass er noch ein Abschiedsspiel bekommt, weil er hat in den Jahren, die er hier war, teilweise glänzende Leistungen abgeliefert. Besonders auf der Linie hat er uns unzählige Male den Hintern gerettet und von daher, ja, würde ich mich für ihn sehr freuen, auch wenn es für ihn natürlich alles andere als ideal ist, dass er jetzt so sang- und klanglos den Verein verlassen muss. Aber am Ende des Tages ist es halt eben auch Leistungssport und erste Bundesliga und persönliche Situationen spielen dann halt leider dann irgendwann auch keine Rolle mehr, weil am Ende des Tages muss es um unseren SVW gehen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn euch mein Video gefallen hat oder schreibt mir auch gerne rein, wenn ihr anderer Auffassung seid. Wie gesagt, im angemessenen Ton, ohne persönliche Angriffe und dann sehen wir uns spätestens zum Ausblick auf das Spiel gegen Bochum. Bis dahin. Tschüss.